hey leute willkommen zu einer weiteren folge von my time at portia es geht weiter ich weiß auf jeden fall was wir das letzte mal gemacht haben und zwar wollten wir das museum befüllen und zwar mit jedem einzelnen gegenstand sie mir kraften können es läuft es gibt ich habe schon von ewigkeiten hätte sagen können ja eine große kraften mit dem direkter denkt es ist eine Art von der alten Welt aber wir können es nicht öffnen wir es nicht, egal was wir probieren und das ist warum ich hier bin du willst meine Hilfe? du siehst du, es ist eine Display auf der fronten der kraften aber die Datenkip in der drin ist verletzt wir denken, dass wenn wir es um die Datenkip vielleicht können wir eine Art von der Datenkip also, du willst mir eine Datenkip? bitte und danke Danke. Wir brauchen ein AI-Chipset und ein einfaches Circuit, um genau zu sein zu sein. Kommt in das Forschungszentrum, wo wir sie haben. Für die Wappersentscheidepots von der Verlassung, und das ist eine einmalige Gebührerfolge. Nice. Wir veranstalten morgen im Versammlung im Büro des Bürgermeisters, um zu entscheiden, was wir wegen dem Dieb- und Ensemble unternehmen werden. Kommt vorbei. Ich denke, ganz egal was wir tun, wir müssen mindestens einen Handwerker mit einbeziehen. Nice. Ultra nice. Ein neues Gebäude, das finde ich ja weniger geil. Benzin aufgebaut, das geht ja gar nicht. Echt so schnell? Das dauert halt sieben Tage. Alter Schwede. Steinziegel ist alles aufgebraucht. Ich finde, dafür kriegen wir ein bisschen wenig Erfahrung, ne? Das Anfertigen von Items. Ich meine, was sind 350 Erfahrungen? Das sind drei Haxe. Da habe ich wieder... Da habe ich mehr Erfahrung bekommen, als ich hier die ganze Zeit crafte. Okay. Da wird getutet, da wird getarten. So eine weitere Faserstoff, das können wir machen. Easy going. Hier auch noch welche. Wir brauchen noch ein paar. Oh, Aluplatten. Nehmen wir das hier noch mit. Lass mal das Leermachen hier wieder. Aluplatten. Ich würde sagen, wir machen noch Eisenholzdielen. Erst einmal. Stahlplatten brauchen noch eine Weile. Die Dinger sind alle fertig. Hier war noch was. Hier war noch was. Der Brückenkörper. Gut. Dann geht's auf zum nächsten. Was ist nach dem Hölz in deinem Brückenkörper möglich gewesen? Ein Töv-Töv-Transporter. Ich brauche Gummireifen da in den Einzelsitz. Drei Gummireifen. Drei Einzelsitze. Ich brauche mehr Holzbretter. Unbedingt. Und dann bau die mal. Und wir, mein liebes Pferdchen, gehen jetzt erst einmal ein bisschen hier rum. Gehen hier hinein. Schauen wir mal, was die wollen von uns. KI-Chipset. Once am I prepared, take them to the research center. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriege. Na ja, schauen wir mal. Blumenteppiche oder ein Kristallkronleuchter. Oder ein Lederhorn. Das will man ja sogar tatsächlich mehr aktuell. Na ja, knapp. Ich werde mit Alu 34 die Blumenteppiche machen. Auch wenn ich weiß, dass ich die nicht allzu allzu oft gerade kriege. Ich habe da irgendwas gebraucht, was ich gar nicht per Masse habe. Wie viel Gold habe ich eigentlich. genug für den Relikt Scanner auf jeden Fall. Wollen wir erstmal in den Blumenteppich kurz starten. Wirklich nicht hier. Hier vielleicht. Und dann war ich davon erstmal 4. Wir gehen in den Relikt Scanner verbessern. Wir gucken gleich mal, was er so schönes macht. Und die Namen anzeigen. Nice. Das ist doch das, was ich haben wollte. Ich würde sagen, hier einfach mal rein. Ich meine, hier haben wir sicherlich ganz, ganz viele Relikte, die ich hier noch bräuchte. Hey! Okay. Ja, verständlich nur. Uff. Okay, hier wird gleich einfach alles in der Nähe gescannt. Das ist natürlich sehr nice, Leute, oder? Was hat er da gescannt? Kiste mit Teilen. Ups. Okay. Das heißt also, jetzt können wir locker... Alter! Okay. Jetzt können wir locker auf jeden Fall, sollten wir mal eine Liste machen. Welche Teile wir noch brauchen. Also welche wir angefangen haben. Und welche wir entsprechend fertig machen könnten. Warte, 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 warte. Da hinten war noch was von mir. Das ist cool. Ja, genau das habe ich, das habe ich erwartet. Das habe ich erwartet. Diesen Relikte Scanner. Und es ist ganz cool, dass er gleich wirklich alles macht. So, hier ist noch irgendjemand. Okay, gehen wir es mal hier rein. Was wollt ihr von mir? Oh, ich kann erst so einen Spenser mitnehmen. So, dieser Mr. Musa hat gesagt, er ist ein großer Sponsor des Atara-Research-Instituts. Ich mag ihn plötzlich viel mehr. Du bist ziemlich gut darin, Dinge im zerfallenen Ödland zu finden, oder? Könntest du mir dabei etwas zu finden? Klar mache ich. Großartig. Ich habe von diesem großen, alten, inaktiven Roboter am zerfallenen Ödland gehört. Wenn du ihn herbringst, kann ich ihn möglicherweise apparieren. Der Roboter könnte für die Ernte verwendet worden sein. Wenn ich ihn wieder zum Larven bringen kann, könnte er für Portier von großem Nutzen sein. Überleg nur, wie viel Zeit wir für die andere Dinge aufwenden können, wenn Roboter die ganze Arbeit erledigen. Du findest den Roboter am zerfallenen Ödland. Eventuell ist der Teile zerbrochen, sodass du dich ein wenig umschauen musst. Uh, das ist aber eine coole Mission. Ja, okay, jetzt merkt man langsam. Okay, wir kommen langsam ins Endcontent. Weil es wird immer mehr nur auf Englisch übersetzt. Oder auf Englisch enthalten sein. Plus keine Vertonung mehr. Okay, was ist mit Petra? Kein Dialog? Okay, sehr interessant. Genau, wenn jedes einzelne Teil jetzt zusammenstellen. Ähm... Und gucken... Ich möchte von Fotos... Ich will natürlich alle haben, ne, ist ja klar. So, dort mit Klinge ist das letzte gewesen. So, dort mit Lanze. Die denkende Dose. Ich mach davon einfach mal erst mal Fotos. Leider steht auch nicht da, in welcher... In welcher Ruine man das finden kann, ne? Herbstpuppe. Ah, nicht ganz. Glöwenskulptur und dann ist noch eins hier unten. Ne, sogar noch ein paar mehr. Ich bin gespannt. Jedes einzelne bringt uns ja Bonis, ne? Ich bin wirklich gespannt. Aber warum ist der... Der Dialog, es fehlt. Es fehlt. Keine Ahnung, wo der ist. Ist direkt hier aber. Ein Plan, wo ist auch ziemlich egal. Wir gehen erst einmal kurz die Baumwolle kaufen. Ein bisschen Pigment... Pigmente doch, ist richtig. Die sind teuer. Was habe ich mir gebraucht, um die Pigmente... Regenbogenblumen, ne? Habe ich ja nicht angepflanzt. Ist okay. Welches Level bin ich? 45? Passt. Pferdchen, dann. Dann kann ich nämlich... Auch, ähm... Das letzte Item tragen. So. Ich weiß nicht, wo zwei sind. Wo ich gar nicht allzu lange... Hier haben wir gleich eins. Ja. Jetzt kann ich endlich mal einsammeln. Okay. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Interessant. Du düh ..düh..düh ..ーü. Banzer eh? das ist aber ganz normal da ist aber auch so nähe das kann man noch kurz mit abpacken vielleicht sind saphir drin wie jemand war ein kristall aus wie ein diamant machen können bringen wir diese teile zurück und dann werden wir langsam auch richtung zu hause um die relikte anzuschauen du hast es geschafft war sieht die größe des radars an der roboter wird gigantisch sein wenn er repariert ist wir recyceln seit jahrhunderten von jahren sachen aus der alten welt das hier ist nichts anderes vielen dank für deine hilfe komm später noch einmal vorbei wenn du es an einem stück sehen möchtest ja sehr gerne dafür dass doch sowas wichtig ist das ziemlich schnell oder einmalig in der welt zu finden und kann sicherlich vieles erleichtern aber mal schauen was hast du einen wagen für mich du hast verloren die elender dieb ich weiß so ist halt tja wenn du ein problem hast jedoch zu zivil gerade auf meiner seite so sind wir schon fertig ne ich hätte die museum abgeben können ich doof er mal die zweite artefakt truhe ich würde ganz gerne sortieren und gucken welche hintereinander sind die sind übrigens keine ich habe doch immer eine dritte bin ich der meinung ich habe noch platz alles sortieren sind nämlich hintereinander gebracht so wie sie sein sollten glaube ich ja da können wir jetzt langsam nach und nach schauen was uns noch fehlt ich mache mir noch abzeichen rein naja ist aber auch wieder drauf eine eulenuhr von verlassenen ruinen ach guck mal da steht sogar denn da ist alles von verlassenen ruinen zwei lassen wir also erst einmal hier drin verlassenen ruinen 1 1 1 1 1 1 2 2 2 da ist aber ziemlich viel hier verlassenen ruinen verlassenen ruinen so verlassenen ruinen verlassenen ruinen wüstenruinen verlassenen ruinen verlassenen ruinen verlassenen ruinen aber so hat alles keine relikte aber hier ist noch was gewesen Mist Mist die kann was man nicht allgemein kristin es reichte nicht so anstrengend dann gehen wir jetzt ganz kurz ins museum noch einmal wir können trifft transporte wahrscheinlich mal ganz kurz mit dem ich den auch mit abgeben wird auch zunächst mal weiß was das letzte mal gemacht habe ein grill das ist recht einfacher auszufinden ob ich den mitnehmen kann ja dann nehmen wir einfach gleich mit weil ich glaube nicht dass ich mehr fleisch grillen werde da bin ich vermutlich zu faul für ein wassertank hier steht aber schade den messer wird das ok lasst den machen lasst den tuten wir beginnen muss ins museum geben erstmal etliche teile ab und danach geht es ab in die mine einige dinge suchen scheinbar ist aber ohne euch gezielte suchen sonst ist sonst ziemlich langweilig so was kann ich dann alles machen das holz kann erstmal weg joystick ein kleiner gegenstand ein relikt eine schleifmaschine eine einfache textilmaschine also klein mittelgroß errichtet auch mittelgroß das ist kleines kommt hier oben hin wieder zehn rufpunkte das war es auch schon tatsächlich das kann ich verkaufen die kappe brauche ich noch was macht der hier ja ok gut das ist aber wirklich gut scheiße auf die 400 habe muss ich sagen dafür 10 prozent streffer chance dazu das ist wirklich wirklich gut gut das überlegen wir uns noch 600 500 380 wieder ist ja wirklich nichts dann gehen wir gleich einmal da oben hin und schauen welche relikte hier noch offen sind und schauen auch ob ich schon was neues finde was vielleicht abgehackt werden könnte jetzt muss ich halt wirklich viel viel suchen muss man gucken ok denkmal modell teil 1 bräuch theoretisch noch ich weiß wie viele teile es gab hier eins von vier teilen da steht es immer da 1 von 2 fertig witzigerweise hat das muss ich jetzt hat alles zusammen alles zusammensetzen würde ich sagen mache ich das einfach mal ohne euch das ist wahrscheinlich ganz danach dauern deswegen würde ich sagen ich weiß ich gesagt ich genau wir haben noch ein paar minuten eigentlich ich gucke mal falls der part jetzt enden sollte wisst ihr ich habe keine folge man danach oder keinen teil mir danach aufgenommen ansonsten sehen wir gleich wieder uns und dann schauen wir mal bis gleich leute okay wir sind leider eingeschlafen kam ich jetzt nicht drum herum ja wir haben ein bisschen was gefunden noch erstmal eine gold kröte euch irgendwo gefunden traditionelle mütze aus medii und eine traditionelle mütze aus medii zweimal ok kann man scheinbar nicht stacken ich habe viele viele teile tatsächlich gefunden die wir fertig machen können fläschigen hasen sogar noch ganz viele ledersofen zum beispiel denkmalmodelle wir werden es einfach mal mitnehmen und diese relikte wenn wir sprechen nicht nochmal craften die werden wir einfach mal auf einer liste dann streichen später oder ich sehe wenn ich die schon oder ich werde sicherlich im kopf behalten was ich die dann ob ich die schon gecraftet habe oder nicht gut sehr schön vom rathaus ich habe eine tolle idee für dich wir sollten irgendwann mal zum haus des bürgermeisters kommen Mist wir haben erstmal einen handelsauftrag die wir alledigen können mal ein bisschen qualitätsleder heines fell das kann ich auch machen ja alles macht es alle machen die alle schon hin und dem erstmal zu alu ganz kurz die mission abgeben um uns gleich eine neue zu holen an diesem mittwoch darf nur die zeit nicht aus den augen verlieren ich glaube 19 20 minuten haben wir gerade schon gemacht aller wieder rennt hallo sehr gut sehr gut hühnerohrringe und irgendwann bald wieder eine verbesserung zu sam hm 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 ein S-Rank wasserdichte Lampen McDonalds das sind die S-Ringe die wir kriegen wenn wir eine bestimmte stufe erreicht haben wer stellen wir erst A ich glaube wenn wir S haben kriegen wir regelmäßig S-Aufträge das dauert es glaube ich eine Weile bis wir mal eine S-Werkstattstufe haben ich glaube irgendwie ab 15.000 Punkte oder so kann ich mir vorstellen 20.000 weiß gar nicht wie viele Sätze wir hatten wasserdichte Lampen das sind die S-Werkstattstufe das sind die S-Werkstattstufe das ist das Problem das machen wir demnächst wieder oder mal das ist das das ist das das ist das das ist das Ohne Higgins, nein, der ist nicht mehr involviert. Müssen wir. Müssen wir uns immer wiederholen. Was? Wir müssen es studieren. Das Problem hat mich überrascht. Aber auf Sachen wie diese, wir brauchen die Allianz-Governmenten, um eine Entscheidung zu machen. Diese All-Source könnte ein Böden für unsere Survivalen sein. Also, haben sie noch etwas gesagt? Du hast bereits telegriert unseren Repräsentativ, richtig, Gale? Nicht noch, eigentlich. Denn wir haben Angst, die Wörter wird rausgekommen. Ich persönlich gehe zu Atara, um diese Wörter zu geben. Die Telegraphen können sich verabschieden. Okay. Aber was ist der eigentliche Locator-Komputer? Haben Ihre Forscher bereits gesehen? Nein. Der Herr hat nicht gesehen, dass die Möglichkeiten, um die Konten der Maschine zu lösen. Die Wörter-Kommissionen ist, und Arlo hat ein Plan. Ahem. Ja. Ich dachte, dass wir vielleicht ein Böden für diesen Masse-Thief. Keine Ahnung wissen, was diese All-Source sieht aus, oder wo es ist. Wenn wir die Wörter, dass wir ihn gefunden haben, dieser Thief ist bereit, zu sehen. Das ist ein guter Plan. Als wir diesen Thief verabschieden, viele unserer Wörter werden... Wir haben hier ein Böden für eine All-Source-Modelle gemacht. Wir legenen ihn irgendwo, um den Thief rauszukommen. Ich? Aber ich weiß nicht, was die All-Source sieht aus. Vielleicht kannst du deinen Robot-Friend, Herr Eck? Das ist ein Plan. Alles klar, alle. Wir halten es auf die All-Source-Modelle. Als wir die All-Source-Modelle haben, werden wir mit der Beobachtung. Wir halten es auf die All-Source-Modelle. Schau mich darüber nachdenken. Ich versuche, dass ihr alle wisst, was ihr macht. Ich hoffe, dass alle Totti eine andere Chance geben. Ah! Schön! Ich habe in meiner Lettung erwähnt, dass ich eine gute Idee hatte. Ich hatte ein paar Schmerzen, und ich dachte, du kennst, wie wir auf die Westen-Häuser haben, oder? Alle, die durch die All-Source-Modelle haben, wollen wir den übrigen Porsche-Häuser. Jetzt habe ich Elric gemacht, die Präliminary-Grund-Works machen. Er wird auf die All-Source-Modelle gewinnen. Fantastisch! Ich kann mich vorstellen, dass ich mich in den Hotspringen auf die All-Source-Modelle besitze. Habe ich nicht noch eine? Ich weiß mal, super viel Müll bei mir drin. Okay, was ich zuerst machen muss, ist erst einmal ins Forschungszentrum geben, mir eine Recycling-Masch... die Wiederherstellungsmaschine zu nutzen. Ich kann die alte Thermos-Kanne herstellen. Ich kann die denkende Dose herstellen. Ich kann das Spielzeug-Monster herstellen. Ich kann das Wasserbett aus Porzellan herstellen. Ich kann das Denkmal herstellen. Ich kann die Sonnenseite abschließen. Es gab hier eine Fette, glaube ich, noch nicht. Und die sind alle in Ruinen Nummer 2, soweit ich das weiß. Den Joystick habe ich auch interessanterweise bekommen, aber der ist hier gar nicht aufgelistet, wa? Doch, hier ist er. Aber den habe ich ja eben schon abgegeben. Uff. Das spricht mir ja gar nichts. Einlauf plus 1. Ernsthaft? Gut, dann geben wir das ab. Das macht einfach gar nichts. Einlauf plus 7, immerhin. Ja, die machen alle Angriff dazu, aber das ist echt Schrott. So muss man mal dazu sagen. Ähm... Okay. Bevor wir das aber abgeben, würde ich sagen, machen wir eine Kiste mit Relikten, die wir schon hergestellt haben. Und zwar können wir dafür die ganz rechteste Kiste wahrscheinlich nehmen, oder die, ähm... die andere Truhe, wo die Abzeichen drin sind. Da können wir das alles reinpacken, was wir jetzt nicht mehr brauchen, oder nicht mehr nutzen werden. Na, da haben wir es schon reingepackt. Bereits hergestellt. So, sortieren. Ne, mach mal nicht. Die Thermoskanne haben wir. Die denkende Dose. Spielzeugmonster. Das Denkmalmodell haben wir auch schon, naja. Haben wir schon. Denkende Dose haben wir. Das wird nicht einfach sein, ne? Spielzeugmonster haben wir. Joystick haben wir schon. Okay. Vielleicht packen wir die auch erstmal hier unten rein. Oder welche Lagerkiste abgibt. Ne. Äh... Schwierig, schwierig. So, sortieren wir mal alles rein. Wir hatten ja noch einen Abfall-Eimer. Genau. Wir haben noch die 13 Mützen, die mal reinkommen. Warum auch ich die nicht stacken kann. Die Kappe. Muss ich tatsächlich mit rein. Weil ich finde den Zauberrot irgendwie attraktiver, muss ich sagen. Verliere zwar 400 Lebenspunkte, aber es macht überhaupt nichts. Der wartet da scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Den flauschigen Hasen kann ich platzieren. Die Ledersofas kann ich platzieren. Was schon da? Achso. Äh... Pfff. Ich habe zu viele Sofas. Können wir schon nicht anfangen. So eine kleine Sitzecke hier. Der Rest mal wird alles rein sortieren. Noch Steine. Mhm. Uff. Okay. Wir müssen jetzt bei den 20, 30 Minuten etwa sein. Huck, befragen wir gleich mal. Cabana. Allsource? Mein Interface-Computer war eine Allsource-AI. Nicht, dass ich sie in person kennengelernt habe. Warum musst du wissen, was ein Allsource-Computer aussieht. Äh... Oh. Top secret. Ich habe dich. Ich kann dir eine schwelle Drehung geben, aber wenn es nicht richtig aussieht... Alles klar. Ich habe ganz gerne die Lagerkiste. Wir gehen noch ganz kurz die... Aber wir stellen uns noch vor das Museum. Und werden dann beim nächsten Mal die Items abgeben. Ich danke fürs Zusehen meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei MyTime mit Portia bis dahin. Ciao, ciao. Ja. Und dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.